Guten Morgen zusammen, ich bin heute mal wieder arbeiten. Das heißt, ich bin gerade auch wirklich sehr kurz angebunden, weil ich heute sehr spät dran bin. Es ist halt einfach ein Montag und da bin ich nicht in den Quark gekommen oder aus dem Quark gekommen. Ich bin nicht in den Quark gekommen, ja, auf jeden Fall genau so bin ich gerade drauf. Ja, ihr wisst ja, heute ist ein stressiger Tag bei mir, ich arbeite heute, ich gebe danach Nachhilfe. Das heißt, ich weiß nicht so wirklich, wie und wann ich es schaffe, heute zu vloggen. Es kann sein, dass er sehr kurz wird, es kann sein, dass ich es doch noch schaffe, irgendwie was reinzuquetschen. Das sehen wir dann. So oder so, Leute, ich hoffe, ihr kommt ein bisschen weniger hektisch in den Tag als ich. Und wir sehen uns dann einfach nach der Arbeit wieder. Bye, bye. Ich bin zurück von der Arbeit. In 25 Minuten kommt meine Nachhilfe und ich frage mich gerade, ob ich es schaffe, bis dato eine Dose Ravioli warm zu machen und zu essen. Ich werde es versuchen. Ich habe nämlich richtig, richtig Kohldampf. Und ich werde jetzt gleich direkt schon mal ein Video pre-uploaden für FWord Gaming, was ich dann Mittwoch noch freischalten muss. Und dann wieder vermisst, da muss ich auch noch schneiden, ich muss dann mal abneu noch einkaufen gehen. Und morgen wird es genauso. Ja, von daher verzeiht mir meine etwas gedrückte Stimmung. Ich hoffe, ihr habt einen richtig coolen Tag bisher. Ich werde jetzt zusehen, dass ich mein Essen warm bekomme und noch schnell was futtern kann, bevor die Nachhilfe weitergeht. Ja, wir sehen uns dann gleich. Das Licht ist vermutlich gerade sehr, sehr gruselig. Es tut mir leid, es ist sehr, sehr spät geworden. Wir haben kurz nach elf. Ich lade jetzt gerade noch den Daily Vlog von gestern hoch und werde dann vor zwölf im Bett sein. Ich bin echt ziemlich durch. Ich habe heute echt keine Energie mehr. Irgendwie großartig mit euch, über irgendwas zu quatschen. Es tut mir ein bisschen leid, aber heute war echt ein harter Tag. Morgen wird auch nochmal ein harter Tag. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass ich mich damit gerade sehr schwer tun, nachdem ich im Prinzip heute, abgesehen von einer halbstündigen Pause, ne, von insgesamt anderthalb Stunden, also ich war im Prinzip zwölf Stunden arbeiten und hatte in diesen zwölf Stunden anderthalb Stunden Pause. Das machte er zehneinhalb Stunden und das war echt anstrengend. Mit früh aufstehen verbunden, mit zu wenig Schlaf verbunden und ich werde morgen wieder zu wenig Schlaf haben. Ja, aber ich habe schon direkt die Mittwochsepisode für F-Word Gaming pre-uploaded und bin sehr froh und werde das jetzt morgen direkt für die Samstagsepisode machen. Ja, und werde direkt quasi Shit vorbereiten, dass wir den nur noch freischalten müssen. Ja, und ich habe ein Fotoshooting bearbeitet. Ich hatte ja eine Bekannte von der Uni, Freitag da, mit der haben wir Studiofotos gemacht, also ich. Die sind richtig, richtig cool geworden. Guckt einfach auf meiner Fotoseite. Bei Facebook, da findet ihr die. Ich weiß gar nicht, ob ich die unten verlinkt habe, wenn ich... Muss ich das nochmal nachholen. Ist facebook.de slash vapeur. Vapeur schreibt sich V-A-P-E-U-R-E. Vielleicht denke ich dran, das irgendwie, um reinzupacken. Wenn nicht, tut es mir leid. So oder so, Leute. Ich habe ein bisschen gebrabbelt, ein bisschen sinnlos. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily Vlog. Bis dann. Bis dann. Bis dann.